Ihr wollt Teil unseres Publikums sein und das Team beim Basket Sale unterstützen und so eine wunderschöne Pappe von euch besitzen? Dann müsst ihr jetzt genau das tun. Ihr müsst einfach bei uns auf die Website gehen, in den Ticketshop und euch ein Ticket für den Basket Sale kaufen. Dann könnt ihr euch beliebig einen Platz aussuchen, wo dann genau eure Pappe beim Basket Sale steht. Ihr geht diesen Buchungsprozess einfach ganz normal durch bis zum Ende, wo ihr euer Ticket per Printed Home ausdrucken könnt. Danach nehmt ihr einfach euer Handy, öffnet entweder eure Kamera oder einen QR-Code Scanner und scannt den QR-Code auf eurem Printed Home Ticket ab. Danach kommt ihr automatisch auf die Seite, wo ihr euer Bild hochladen könnt. Achtet bei dem Bild, dass euer Bild eine gute Auflösung hat. Wichtig auch bei dem Bild ist, dass euer Oberkörper zu sehen ist. Das heißt am besten von Kopf bis zur Gürtellinie, da unsere Pappe genauso ausgeschnitten wird. Wir würden uns total wünschen, wenn ihr lächelnd und in Fernkleidung auf den Bildern zu sehen seid. Wichtig bei dem Bild ist, dass es nicht verwackelt ist, sondern eine gute Qualität hat und ihr von Kopf bis zur Gürtellinie drauf seid. Perfekt wäre es natürlich auch noch mit einem schlichten oder neutralen Hintergrund. Und wie sei denn mit einem Spr Burk Fragen angeht? Vielleicht erst einmal auf...